Nein! Ohoho! Das war ein sehr deutsches Nein! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcasts League of Legends! Und ich hab gleich den Chat vor Schreck geöffnet, ich bin eben so aufgeregt! Mit dabei sind Lukas und der Maurice und 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 Wer ist da gerade weggerannt? Lukas, du bringst mich voll aus dem Konzept! Äh, äh, und ein Danny ist hier, der ist jetzt braun mit auf der Borde und 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 ich hab mein Skill vorgestellt! Oh, wer ist der mit dem Team? Ich hab mein Skill vorgestellt! Oh mein Gott! Danny, was bist du? Braun, ich krieg braun! Ja! Braun, kriegst du braun! Das war so schlecht! Ja, Pille, Mann, Orze! Jetzt hab ich reingewendet, muss doch mal machen! Das war so schlecht! Danny! Ja! Bist du braun? Kriegst du braun! Genau! Bist du braun? 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 F Members fulfillen solltest du braun? Bist du braun? Bist du braun? Musik 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 er hat noch schäm dich Ecke der Musikbock er macht nur Scheißmusik, der hat einen Kackmusikgeschmack Hört ihr das? Das ist der süße Klang von Konflikt in einer kleinen Schachtel Kölner Go West Oh jetzt sind wir alle wieder so seriös Jede Zellumann Meine Töber, was ist wirklich? Awww Woop Ups Das hat niemand gesehen Meine Barrier Hattet dich Manions D Lukas Ja Dir zuliebe Dir zuliebe Danke Bitte Bitte! Bitte? Fille 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 Oh 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 Ja, die Power reagiert nicht Hä? Warum? I was invisible I'm a wizard Ja alter bei mir eben ein Power Hast du den mich mal angest? Das war ja wirklich der Ausbund. Was? Der Ausbund? Was? Was? Ich werde dich nicht retten, tut mir leid. Nein, warum hat das mir so viel Damage gemacht? Was ist mit der Ausbund? Nein! Das war ein sehr deutsches Nein. Nein, nein, nein. Na gut, Akali hätte mich eh getötet. Sagen noch nicht mehr so. Doch. Doch. Leugne es nicht. Willst du den totalen Krieg? Nein, ich will den totalen Urlaub. Kriegst du den totalen Krieg? Oh mein Gott. Wollt ihr den totalen Urlaub? Warte, ich komme mit der Hälfte. Ja, komm bitte. Brauch bitte. Ja, nicht dir. Machst du mich doch. Nein, der rennt jetzt anderen Weibern. Wir haben gerade, du hast schon ein bisschen Glück, ne? Aber Daniel, was soll die Scheiße? Ja, du bedrückst den Maurice, also bitte. Das finde ich jetzt wirklich, also das ist jetzt wirklich ein bisschen scheiße für dir gerade. Tut mir leid Maurice, kannst du mir jemals verzeihen? Nein, kann er nicht. Nein, ich bin nicht. Da muss jetzt zu Dr. Sommer wegen dir. Das ist jetzt hässlich, es sei denn, du kaufst für ganz viel. Dein Geld macht schöner. Wie kann ich mich weghauen, wenn ich mein Schild hab? Weiß Minion. Wenn die mein Schild hab? Ja, eh geflägt. Ja, trotzdem. Scheiß Minion. Lukas. Dann hätte ich sie einen Stun bekommen. Mit Scheiß Minion bist du gemeint. Ja? Komm her! Alter, Api Krager, das ist so OP! Ja, war der Typ auf okay. Und die schon. Scheiße, die ja dazu gelern. Nope. Ja auf mich! Morin! Peter! Peter! Ja Peter. Oh, oh! Ich hab' beide. die laufen beide von dir weg auch gleich ja komm vor der 10 Minuten bekomme ich den Tauer noch scheiße auch kommen hat Rolle mein Ziel was danke 8 HP 8 und ja auch alle in die Idee Mama Kugel hat er mit als Viertel mit dort drüben ein ich bin und wo ich wie viel Geld wird kommt bestimmt gleich hier eine hohe hohe die die sie in den und du kannst ja noch nicht mehr Lukas wir müssen es losgehen er hat auch die Welt ich habe auch auf englisch aber ich kann eine wäbel in dem ich kann ich kann englisch im gesatz ich kaufe als erstes und du gibst mir dein geld um sich doch okay warum wir brauchen kein umzerstörer also nicht wirklich aufwacht bin tot nein 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 ich hab kein mauner ja wo die einmal klar dass ich sie damit dann keine leben wann verkauf ich nur ungern weil ich eine angst habe ich glaube irgendwas wir sind so v-tex lukas machen wenn die frage zeichen irgendwie schon denke ich hier ist noch drin ja okay dann kaufe ich halt mal ganz normales raum wird ja ich bin zwar ist nicht in meinem normalen ja da ist vielleicht noch gut mit deswegen habe ich ja gesagt wenn du den ausprobieren möchtest nein ja surrender at 20 seconds ich habe irgendeine freundschaftsanfrage gekriegt wahl 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 ja dann machen aber auf den punkt habe ich habe verstanden dass ich mal meine und jeder wahl 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 neuer das ist ja auch doch nicht so ein Schilder das ist ja auch vor Lukas ja was ist getan was die Kälte hohoho ich bin judo und stolz darauf ich das ist doch deine Sache, ich meine. Magdeutsche. Geht nicht doch, Magdeutsche. Der hat mich genau in diesen Tower-Dings ge... Alter, genau da drin hat er mich gestunt. Alter, ich! Ja, grad so an der Grenze. Sag nicht an. Oh, wenn kann ich nicht angreifen. Woran strickt du die Worte? Ich hasse es! Was, ich komm, Lukas. Easy, 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 easy. Ne, komm, bitte ping. Ne, komm, bitte ping. sie ist okay was haben wir im gegner-team ad ap ad 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 ap ap ad oh oh guck mal die mitte ich hab mir am meisten schaden gemacht irgend wird niemand schaden gemacht nur noch wird wohl an schon war abweilen nur kosten da wird nur kurz das schuld warum macht der Rengar so ein Damage, der hat das Tank Sammler äh Lukas? Ja Ah, wir haben keinen Priebon in Sekt Okay Der hat sich, der hab ich angegriffen, aber... So, egal, schnell den Tower weghauen Nein, Dragon Äh, Akali Und das mein Dragon Und die hat halt das OP-Shield von dem da gehabt, von dem da Äh, nicht von Dragon, sondern von dem Bomben da drüben In dem Sinne Richtig gute, also wirklich gut Ich meine, ohne Schacher Scheiße Scheiße Scheiße, Dreck Wo ist da hin, Kuckuck Und wahrscheinlich andere Richtung kommen Achtung, deine Top-Lane Oh, Dacka Wir müssen da jetzt ganz schnell zu drehen, weil du ja alleine Eko nicht schaffst, ne Wir wollen den doch abpacken Und er hat kein Bock mehr dazu sein Okay Wir können Fettsäge Wo bist du, Bokmann, ne Mit Röck, äh, Bluber Ja, von Gegner Ja Ja Ja, kann ich, ja Ja, auch noch, wo mir jetzt, bitte Kann ich gut gebrauchen, ich komm Na ja Ja, genau Ja, ja, ja Gott, ja, ja die Gärten könnte ein Garten war aber auch schon mal naja und die Lieder der Welt nur Kassel in der Nachwuchs sind sie zu tun den Menschen Koks noch kurz in die Mitte bildet und die Probe nach dem Weg gehen wir wollten weiter es ist so nun in dem aller Kackers die Gericht nicht so wenn du kommst aber ich habe schon okay ich glaube er koopka hier habe ich am Anfang auch gedacht bei Kali weil die kann ich die Tauert einfach aber dann ist er eng an nicht weit morgen ja ich war ja wo du hin willst wir können gar nicht mehr bevor da nicht mehr mitspielen er darfst darfst du dir noch ein Lied wünschen okay oder Renga um ein Koma oh mein Gott gut nach dem Scheiß so länger Dränger Bot-Frage-Zeichen Länger ja das Wort geht gut dann gibt es hier gut ja bei mir auch und Dollar Dollar Kalikon beide kann mir irgendjemand helfen ich versuche zu kommen hat er genug Geld ja hi ich hab viel zu viel Geld oh fuck oh Gott okay Maurice war gut von dir Grundgedanke war gut du hässlicher du ja war gut ja war gut ich meinte nicht dich ich meinte äh Renekton kann ich Blumen nehmen Fragezeichen gerade noch mal die Kurve gekratzt hä ha meinte ich von Anfang an okay BAB also ich soll bei der nächsten beim nächsten Ulti soll ich erstmal kurz rückporten dann Ulti drücken und dann nochmal rückporten okay ja genau jetzt weiß ich auch nicht was es heißt ja die machst du doch easy alle beide hier ist geworden ja die Ulti-Hetze zünden müssen wurde mit Lowlife bis erst eigentlich nicht mit Fulllife schaffst du eh ich ich hab ich nicht Muri doch eigentlich schon ich hab noch keinen ich hab meinen äh ein paar und das ist ja nicht so er hat mich tot und durch getauntet gegen Water Damage ist noch nicht so schön ja getauntet oh nein URANG stricken wann bin ich denn so langsam alter aber der scheint wohl kurz auf das Internet weg gewesen zu ja ich habe WB ach scheiße kannst du mal da Warden kann auch nicht machen dann ist Mourinho ne in dem ne in dem ne 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 n brock nicht なu ein räumer rin nach rin nach er nach euch kommen die kleinen über die korrekte er geht hier glaube ich ja hier ist er will hier auf und dann hier rüber was muss die Demo und die Erde vielleicht ich tue er oh easy er ist ja brauche zu retten ist doch die Schusser Leute wir müssen wir dürfen in diesen Match halt 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 hier ist fort einzigen Turm verlieren okay also bei mir ist es machbar und ja auch wenn da jetzt Leute treffen würden ja danke bin ich lieb von euch also da kriegt er wirklich alle gleich mein Honor weil die Hilfe ja der Lukas sowieso weil es pushen das muss belohnt werden die B in dem Sinne ein Drittel Prozent wo ist Rengo wo ist Rengo wenn man ihn mal haben und Ende diesen OP Tower Dive Moment ach komm schon ach komm schon Sarah Ende dieser OP Tower Dive Moment dann einfach mal dann abpackt sag doch dass du noch eine Wehe schießt äh ich schieß noch eine Wehe oder Tower und dann Dragon jetzt komm ich mal über die Spur wieder Danny du hättest das doch sagen können naa sie haben Surrendert warum sterbe ich immer wenn ich Surrendert Schatz die Surrendert 20 das berühmte also Leute wenn wir jetzt nochmal Surrendert 20 machen dann kann ich doch mitmachen ok mach mit ja aber das garantieren wir ja nicht kann sein muss aber nicht ansonsten müssen wir halt Surrendern er braucht also wenn ich eine Teamaufstellung der Komiser Eipfel er hat alle 1 die Saga da hast du total recht alle 1 die gewinnt die Spitze und diese Wendern und die Hörer und die Böse und wir sind okay inzwischen die Gäste in der hier ich würde sagen macht noch einmal Nöller hat die Übung Alter, guck dir mein Video an, okay, mein neuestes Plattesfunk. Außerdem, Lukas, hab ich mich heute nicht so drauf konzentriert, okay, weil vorhin die Musik lief, da war mir ja Spaß mehr im Vordergrund. Nein, 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 ich verabschiede mich damit von euch, bis dahin und tschüss.